Hi, wir sind's wieder Fabian und Stefan. Auch in diesem Video dreht sich wieder alles um den Disco-Fonds. Wir haben eine längere Figur mitgebracht namens DeoTest. Kleiner Tipp an der Stelle, es wäre super, wenn ihr erst unser Video kleiner Herren-Tauber anschaut, denn die Figur jetzt basiert bzw. beinhaltet den kleinen Herren-Tauber. Wie gewohnt werden wir das Ganze erst einmal vortanzen, anschließend die einzelnen Wege und Schritte ablaufen und am Schluss kannst du dir das Ganze nochmal mit Musik anschauen. Mittlerweile weißt du auch, dass alle Lieder, die wir hier in unseren Videos nutzen, auf unserer Playlist Disco-Fox Übungsmusik zu finden sind. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Disco-Fox DeoTest. Wie so oft im Disco-Fox starten wir auch hier im Schmetterleben. Eins, zwei, tap. Anschließend tanzen wir einen Bauchkauler, bieten der Dame die rechte Hand an und drehen uns direkt nochmal rein. Eins, zwei, tap. Nachdem wir den Arm einmal ablehnen, tanzen wir mit unseren DeoTips. Und hier kommt mit der Kante-Rigur der kleine Herren-Tauber an. Tipp. Eins, zwei, tap. Eins, zwei, tap. Eins, zwei, tap. Er braucht eine taulerische Hand. Er dreht ein. Einmal die Hände nach oben legen. Zwei, tap. Die Hand nach oben. Und er dreht. Zwei, tap. Er taucht. Zwei, tap. Die Dame einmal hin. Und die Dame einmal zurückdrehen. Aus dem Schmetterling heraus tanzen wir einen Bauchkauler, den wir sicher bereits aus dem Tanzfluss kennen, und bieten der Dame anschließend die rechte Hand an. Das sieht dann so aus. Einmal den Bauchkauler tanzen und der Dame die rechte Hand anbieten. Anschließend werde ich, als sollte ich meinen Schlüssel im Schloss rumdrehen, das Handgelenk einmal drehen, da ich selbst nochmal eindrehe. Dann hat der Mann hier einen Zeitgriff und habe zwei Ege zweimal hintereinander gedreht. Das heißt, nach dem Bauchkauler, eins, zwei, tap, bieten wir die rechte Hand an. Der Führungsweg ist einmal einen Schlüssel im Schloss rumdrehen und selbst nochmal eindrehen, so dass die Dame, man nennt es eine Schlittschuhposition, im Schlittschuh an der linken Seite steht. Anschließend tanzen wir als Karussell. Eins, zwei, tap. Eins, zwei, tap. Und können währenddessen in aller Ruhe unseren linken Arm nach oben bringen und über den Kopf der Damen legen, sogenannte Caressenbewegung. Anschließend werden wir sanft über den Arm der Damen streicheln, daher wird der linken Hand ihre rechte Hand fangen wollen. Hier wird schon wieder ankommen. Da ist der Weg. Das zeigt ein Gleichformal, der interessiert nämlich auch meine Hündin aktuell. Währenddessen, während ich über den Arm streichle, lasse ich meine rechte Hand los. Denn hier funktioniert der eigentliche Deo-Test. Hier gehen wir eine Reihe der Damen und die Damen hat frei Blick auf unseren Arm. Daher heißt die Figur auch Deo-Test. Und drehen uns dadurch in ein sogenanntes Körbschen ein. Dieses Körbschen haben wir im letzten Video im kleinen Kartentauschen kennengelernt. Wir zeigen das Ganze nochmal von vorne und dann aus der anderen Richtung. Das heißt, wir haben Schmetterling getanzt. Anschließend einen Bauchtauler, bieb die rechte Hand. Der Schlüssel wird gedreht, denn ich selbst muss nochmal eintreten. In den Polizeigriff zum Schlipschliff. Eins, zwei, tap. Während ich Kauzel tanzen, lege ich den linken Arm nach oben. Jetzt streiche ich meinen linken Arm hier über den Arm nicht über hier. Währenddessen, während ich hier streiche, geht mein rechter Arm nach oben. Der sogenannte Deo-Test am Arm vorbei. Und ich lande in einem Körbschen. Hier kennen wir den Ausgang schon. Wir tauchen einmal ab, den kleinen Herrn taucher und holen den Arm wieder nach vorne. Das heißt, eins, zwei, tap. Einen Bauchtauler tanzen und die rechte Hand anbieten. Schlüssel drehen. Einmal eintreten. Karussell tanzen. Eins, zwei, tap. Während des Karussells lege ich in aller Uhr die linke Hand nach oben. Eins, zwei, tap. Und wenn jetzt meine linke Hand über den Arm streichelt, drehe ich mich ein mit eins, zwei, tap. Und nutze anschließend die erste Figur im ersten Video. Den kleinen Tauler. Eins, zwei, tap. Und gegen drehen. Einmal zweitens kannst du noch. Wir tanzen. Eins, zwei, tap. Eins, zwei, tap. Bauchtauler und direkt die rechte Hand anbieten. Schlüssel drehen. Einmal eintreten. Eins, zwei, tap. Eins, zwei, tap. Linker Arm anbieten. Eins, zwei, tap. Eins, zwei, tap. Und anschließend über den Arm fahren. Einmal in den Deo Test tanzen. Und nachdem direkt laufen. Eins, zwei, tap. Und gegen drehen. Eins, zwei, tap. 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 roaming Versuch placement Dia In Hew Five days, once in a lifetime Five nights, good to be true The universe is passing